Die 6 besten Carbon Flex Arena Produkte, eine Übersicht Der Arena Damen PW Skin ST 2.0 FB Slop Badeanzug ist ein wirklich tolles Produkt. Der Stoff ist sehr weich und komfortabel und passt sich meiner Körperform perfekt an. Es ist ein sehr leichter Anzug, der mich beim Schwimmen nicht behindert. Der Schnitt ist sehr schön und ich kann mich sicher sein, dass ich mich in ihm wohl fühle. Der Anzug ist auch sehr langlebig und sieht nach vielen Schwimmstunden immer noch aus wie neu. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann ihn jedem empfehlen, der einen qualitativ hochwertigen und langlebigen Badeanzug sucht. Ich bin begeistert von dem Mädchen Badeanzug Wettkampfanzug Power Skin ST 2.0. Es ist sehr bequem und sitzt perfekt. Der Anzug ist aus robustem Material hergestellt, sodass er lange hält und perfekte Kompression bietet. Außerdem minimiert er den Wasserwiderstand, wodurch ich mich schneller bewegen kann. Ich kann es kaum erwarten, diesen Anzug beim nächsten Wettkampf zu tragen. Es ist ein fantastisches Produkt. Ich habe den Arena Damen PW Skin Carbon Core FX Schwimmanzug gekauft und bin sehr zufrieden. Der Anzug ist aus hochwertigem Material hergestellt und passt sich meinem Körper perfekt an. Er ist sehr bequem und bietet mir eine gute Bewegungsfreiheit. Der Anzug ist auch sehr schnell trocknend, was mir beim Schwimmen sehr geholfen hat. Auch die Farben sind sehr schön und die Details machen den Anzug zu einem echten Highlight. Ich würde diesen Anzug jedem empfehlen, der einen bequemen und stilvollen Schwimmanzug sucht. Der Arena Damen WP WSK Carbon Gleit Trainingsanzug ist ein wunderbares Produkt. Er ist aus hochwertigem Material gefertigt und sitzt perfekt. Der Anzug ist sehr bequem und bewegt sich beim Schwimmen nicht. Der Schnitt ist modern und schmeichelt meiner Figur. Außerdem ist er in einer Vielzahl von Farben erhältlich, sodass ich meinen Stil unterstreichen kann. Ich bin sehr zufrieden mit dem Anzug und würde ihn jedem empfehlen. Ich liebe den Arena Herren Yammer P WSK Carbon R2 Schwimmslip. Es ist sehr bequem und passt perfekt. Es ist aus einem leichten, schnell trocknenden Material hergestellt, das sich wie eine zweite Haut anfühlt. Es ist sehr flexibel und passt sich meiner Körperform an. Der Schnitt ist sehr gut und es gibt eine gute Abdeckung. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und empfehle es jedem, der einen bequemen und leistungsstarken Schwimmslip sucht. Ich bin begeistert von der Arena Herren P WSK Carbon Core FX Yammer Badehose. Sie ist sehr bequem und passt perfekt. Sie ist aus einem leichten, schnell trocknenden Material hergestellt, das sich während des Schwimmens bewegt. Die Farben sind auch schön und sie sieht sehr professionell aus. Die Nähte sind sehr gut verarbeitet und halten auch bei häufigem Gebrauch. Ich kann diese Badehose wirklich empfehlen, wenn Sie nach einer bequemen und langlebigen Badehose suchen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.